Ich kann mir achten, das lachen wir vor Kneipen, das habe ich Eiergefellert, siehst du das bitte? Aber jetzt nicht mehr. Doch, doch. Ich bin zurück. Ja, das ist schon so gut gekostet, das ist ein bisschen viel Spaß, ne? Es ist geil, ob du es Spaß machst, das muss auch sein. Ja, das ist schon so gut, das ist schon so gut. Ja, das ist schon so gut. Ja, das ist schon so gut. Ja, das ist schon so gut. Meine Kiste. Vielen Dank.